Nicole Lebig aus Dämenhorst sieht grau. Statt Sonne satt, dunkle Wolken und akute Regengefahr. Ja, eigentlich würde ich mich gerne heute raussetzen, aber bei dem Wetter wird das nichts. Eine Terrassenüberdachung wäre eine Lösung. In unserer Sendereihe haben wir schon verschiedene Modelle vorgestellt, die sich je nach Bedarf öffnen oder schließen lassen. Auch dieses Glaslamellendach war dabei. Dessen Mechanik funktionierte sogar automatisch mit einem Elektromotor. Eine in Schweden patentierte Idee hat der Tür- und Fensterspezialist Joachim Kalbfleisch weiterentwickelt. Wir wollten ein manuelles Glasschiebelach entwickeln, weil bisher gibt es auf dem Markt nur motorbetriebene, sehr technisch aufwendige Systeme. Da haben wir uns Gedanken gemacht und haben ein Glasschiebelach entwickelt, was Sie manuell von Hand öffnen und schließen können. Ein Schiebedach? Das gefiel auch Nicole Lebig. Denn damit lassen sich die einzelnen Glaselemente einfach und leicht bewegen. Bis zu 75 Prozent der Gesamtfläche kann sie so öffnen. Möglich machen das die Führungsschienen im Aluminiumgerüst. Da diese übereinander liegen, kommen sich die einzelnen Elemente nie in die Quere. Kleine Stopper im Inneren sorgen dafür, dass die nicht ungewollt verrutschen. Damit die Glasfelder leicht in den Schienen gleiten, sind kleine Kunststoffkissen an der Unterseite befestigt. Immerhin, 20 Kilogramm wiegt so ein Glas im Durchschnitt. Aber ist das auch bruchsicher? Wir haben da Verbund Sicherheitsgläser mit einer Sicherheitsfolie als Zwischenlage. Also im Extremfall würden leichte Risse entstehen, aber das Glas würde niemals komplett zerbersten. Erst nach einigen heftigen Hammerschlägen zerspringt das Glas. Die Sicherheitsfolie zwischen den Scheiben hält es trotzdem weiter zusammen. Also keine Angst vor herunterfallenden Ästen oder gar Dachziegeln. Zurück bei Nicole Lebig an einem dieser wechselhaften Tage. Gerade noch scheint die Sonne durch das geöffnete Dach. Doch schon kurze Zeit später ziehen wieder dicke Wolken auf und es regnet. Hoffentlich wird es auf der Terrasse nicht nass. An der Vorderseite leitet eine Regenrinne das Wasser ab. Aber was passiert zwischen den Glaselementen? Tropft es da nicht durch? Hier bleibt alles trocken. Bürstendichtungen zwischen den Gläsern halten den Regen auf. Der fließt kontrolliert über den Rahmen ab. Sobald sich die Wolken wieder verzogen haben, öffnet Nicole Lebig das Dach mit einem leichten Teleskopstab, um dann die frische Luft und die Sonne zu genießen. Wo ginge das besser als auf der Terrasse im eigenen Garten? Und wenn die Sonne doch mal zu sehr brennt? Dann lässt Nicole Lebig einfach die integrierbare Verschattung an der Seite und dem Dach herunter. Da kann der Sommer ja kommen, mit Regen und Sonnenschein.